willkommen zu einem youtube video heute reagieren wir auf den neuen song von nightlobel i spy heißt er mit musik video ich bin gespannt das letzte was ich von nightlobel sehr gefeiert habe war sein letztes album das aber auch schon wieder sehr lange her und ja wie gefällt seine musik sehr gut und ja wir gehen direkt rein ich bin gespannt aufs video und auf den song let's go und hoher nightlobel Es geht auf 4 Minuten 55, also schon etwas länger. Es geht hier ab. Diese Modenschau-Demo, was ist mit diesem Feuerzeug? Sie ist aufgeregt, jetzt auf die Bühne zu gehen. Okay. Jetzt geht es ab. Wie sieht denn aus? Wie ist das? Wie ist das? Ich habe auch einen schönen Tag. Ich habe auch einen schönen Tag. Boah, scheiße, ich hab gar nicht was sagen können, krass. Was ich aber sagen kann ist, dass letztens Night Lobby, der bei mir in der Nähe war, tatsächlich, ein Konzert in Köln gemacht hat. Ich wollte eigentlich hingehen, aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich niemanden, der mit mir dahin wollte, leider. So wäre ich halt das zu 100% hingegangen. Vielleicht beim nächsten Mal, ja. Mal weitergucken. Das letzte Bild war richtig krass. Das Video ist einfach so krass, auf was für einem Level das ist. Das ist ja wirklich so, ey, das könnte auch jetzt gerade ein Ausschnitt aus dem Film sein. Wenn ich jetzt mal re-talk, aber das ist schon krass, wirklich. Also, so Musik geht es falsch, richtig. Alleine mal so überlegt, was da auch für eine Arbeit hinter steckt, ne. Das ist schon krass, ne. Da ist das Feuerzeug. Da gibt's ja alles so. Freddy Krüger, ey. Okay. Boah, guck mal hier, wie ein Film ist Löffter so runter, wer mitgearbeitet hat Krasser Scheiß Bitte sagt, da wird irgendwie noch ein Album am Ende jetzt angekündigt Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das jetzt auch passieren würde Ja, noch 10 Sekunden, dann ist es rum Kommen wir jetzt eine Album-Ankündigung, bitte Wahrscheinlich ja nicht, ne? Okay, what the fuck, was ging ab, was war das für ein krankes Musikvideo? Also Video muss ich sagen, heftig, ich habe ja schon jetzt gesagt Song auch sehr cool Vielleicht ist es nicht der beste Song von dir, aber auf jeden Fall kann man es auf jeden Fall Geben, mir hat es sehr gut gefallen Wie hat dir der Song gefallen und das Video? Schreib mir das gerne mal einzeln in die Kommentare Weil das ist schon krass Also ich dachte jetzt irgendwie so ein 4-Minuten-Song Aber ey, so ein halber Film Hat mir sehr gut gefallen Schreib es mir in die Kommentare, wie es dir gefallen hat Wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao